Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute wird Luisa 24 Stunden lang nur Ja sagen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wer wünscht dich das nicht? Eine Frau, die nur Ja sagt. Freust du dich eigentlich? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was wir heute genau machen. Ich habe eigentlich nichts geplant, aber ich freue mich einfach darauf. Boah, warte, warte. Mein Nacken, kannst du meinen Nacken ein bisschen ganz kurz massieren? Ja. Dankeschön. Kannst du mir auch einen kleinen Kuss hier bitte geben? Okay, Leute. Ja, wir nehmen euch einfach mit. Ich würde sagen, die erste Sache, die wir machen. Ich habe Hunger. Du hast bestimmt auch Hunger? Ja. Ja? Ja. Okay, Leute, wir nehmen euch mit. Bis gleich. Hey, boah. Du willst Musik anmachen, ne? Ja. Ich will aber nicht, dass du Musik anmachst. Kannst du bitte für mich singen? Oh, nada. Wala, die hat sich so gefreut, ihre Musik anzumachen. Ich weiß, du freust dich mehr, wenn du für mich singst, oder? Ja. Nein, 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 nicht irgendwas. Nicht irgendwas. Mach mal bitte was Arabisches. Plus, halte mal die Kamera so, dass wir uns beide sehen. Machst du auch gerne, oder? Okay, dann schieß mal los. Ja, waibi, wie hab ich Anna? Afi, habi, habu, na. Olai, ayu, na. Anna, manch, dat, babin. Recht? Warte, ich weiß nicht, ob ein Wort davon Arabisch war. Den Text kann ich leider nicht. Kannst du was anderes Arabisches? Ja, warte, ich kann ihre Form. Was du da hast für anderes? Kannst du überhaupt was Arabisches? Ja, guck. Eigentlich weiß ich, dass du kannst. Jalla, drück mal ein nächstes Lied. Mach mal bitte jetzt so deutscher Schlager. Okay, rechts, zu viel. Nächstes Lied, Techno, bitte. Jetzt bitte einmal die Nachrichten. Heute in Berlin, gefühlte 28 Grad. Super Wetter. Man kann super pikmiken gehen, schwimmen gehen. Die Kinder können auch am Spielplatz spielen. Oh ja. Wie befinden uns... Warte, ich kaufe mein Radius kaputt. Mein Radius kaputt. Wie befinden wir uns gerade in der Karre und fahren und genießen das Wunderbare... Was hat das mit Radius zu tun? Radius, wir befinden uns in der Karre. Da frag das, kannst du bitte ruhig sein? Okay, Leute, wir melden uns, wenn wir essen sind. Was willst du essen? Füllen Nudeln einfach mit Sahnesauce. Mit Sahnesauce. Isst du gerne scharf? Weiß nicht. Isst du gerne scharf? Nada. Dann hole ich dir Nudeln mit scharf und Brokkoli isst du auch gerne, oder? Ich will nicht mehr essen. Wir haben uns jetzt hier in der Bank ausgesucht, wir werden es hier essen. Ich habe natürlich ohne Brokkoli und ohne Scharfknoten. Was ist das, was du denkst? Ja, Wanda. Schmeckt? Schmeckt gleich? Ja. Ey, diese Nudeln sehen so billig aus, ne? Aber Wanda, die sind so krass. Hey, Wanda. So, Leute, wir haben jetzt fertig gegessen und sind direkt losgegangen, weil wir nicht viel Zeit haben. Luisa weiß noch nichts. Du hast jetzt noch zwei Minuten und du wolltest Schuhe kaufen. Kannst du erinnern? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier parken kann. Also geh erstmal rein, ich komm dann nach. Ich schuhe mir jetzt die Schuhe. Ich hatte es gar nicht erwartet. Ja, ich freue mich gerade richtig, aber ich kann sie mir gerade nicht so richtig senken. Es kam wirklich übertrieben, unerwartet. Ich schmerz mich dann gleich, wenn ich die Schuhe einfach habe. Dankeschön. Ey, Leute, nicht, dass ihr denkt, sie ist jetzt so voll die Arme, die kriegt jetzt Schuhe, so haram. Nein, Wallah, die hat einfach ihre Schuhe. Sie will die einmal nicht ausziehen. Wenn sie heute sowieso ja sagen muss, dann nutzen wir die Chance direkt und ja, sorgen dafür, dass sie sich die Schuhe holt, die ihr gefallen hat. Mein Perle gehört die Welt. Wenn ich könnte, würde ich ihr die Welt geben. Also, Leute, ja. Was ist los? Hör auf, jetzt möchtest du wieder weinen oder was? Ich mach die Kamera aus, Leute, weg. Also, Jindauis, die Challenge geht weiter. Wir waren jetzt bei meinen Eltern, ist ein bisschen spät geworden. Wir werden den Vlog morgen weiter drehen. Es gibt ja viele, die dieses Format schon mal gemacht. und wirklich, meiner Meinung nach, über Grenzen gehen. Also, für alle, die denken, ich werde jetzt hier richtig fertig machen und so. Sonst, willst du noch was sagen? Ja. Was denn? Kurva! Okay, Leute, wir drehen den Vlog weiter. Hast du Lust, heute den ganzen Tag her zu sein? Ja. Hast du Bock, deine Schuhe anzuziehen? Ja. Irgendein, wir gehen los. Wir sind jetzt essen. Wir haben uns hier nur ein paar Snacks geholt, kleine Brötchen und so und dann geht es schon los in den Tag hier. Schmeckt das? Ja. Willst du tauschen? Ja. Guten Appetit. Begibt euch, was ich gekauft habe. Kennt ihr die Teile noch? Ich ahne schon, was jetzt kommt. Kennst du die oder nicht? Ja. Willst du ein Essen? Ja. Willst du alle essen? Ja. Soll ich dir noch mehr kaufen? Okay, du kannst ihn wieder ausspucken. Gut, Leute, es geht weiter. Das ist mein Kaugummi. Was machen wir jetzt? Kennst du ihn da hinten? Ja. Kennst du ihn? Ja. Er heißt doch Thorsten, oder? Ja. Willst du Thorsten mal grüßen? Hey Thorsten! Hey Thorsten! Nochmal, musst du dich hören. Er heißt nicht Thorsten. Thorsten? Ich bin nicht Thorsten. Wie heißen sie denn? Micha. Hey Micha. Sag mal Micha, dass er dein Perle ist. Micha, wir ziehen jetzt weiter. Ich wollte nur sagen, dass du mein Perle bist. Von ganz neu Europa. Von ganz neu Europa. Hau rein Micha. Warte, ist er dein Perle? Ich liebe dich nicht. Hey, boah. Was kommt als nächstes? Überlege ich mir noch. Ich weiss schon, du hast nur bis 18 Uhr Zeit, weil wir gestern ab 18 Uhr angefangen haben. Ich kann dich nicht knechten, Alter. Wunder, weil du mir einfach wichtig bist. Ich kann nicht aus dir jetzt keine Ahnung was zu machen. Ich schätze auf die Klicks. Ich heiße drauf. Woran fahren wir jetzt? Spazieren. Spazieren. I don't like it. Das war Englisch und du verstehst kein Englisch. Du weißt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich verstehe Englisch. Ein paar Sätze kann ich. What, when, what, what. Hey, what. So, die nächste Sache, Luisa. Bist du bereit? Ja. Guck mal, da vorne ist für ein Spätkopf. Ja. Kannst du da bitte reingehen, zum Küchschrank laufen, Getränke nehmen und einfach wieder rauslaufen, ohne zu bezahlen? Willst du jetzt direkt loslegen? Ja. Komm. Ich warte aber vor der Tür, okay? Falls er dir hinterher rennt oder so. Bist du bereit? Oh, oh nein. Hat er gesehen, wie du genommen hast? Geh mal rein, nimm mal noch eine Flasche und lauf wieder raus. Du willst das doch, oder? Ja. Ne, der kommt nicht. Lack, Bruder, ja. Die nimmt hier drei Sachen mit, du merkst dich mal. So, so, so ein liebes Mädchen, äh, jung, äh, äh, der ist egal, heller, die haben was, sag ich mal. Hab, liebe, danke schön, ne? Danke schön. Samarika. Alek, selam. War dir unangenehm? Ja, richtig. Ich dachte, er will mir hinterherrennen oder so. So, wir sind jetzt spazieren. Kannst du bitte offen zu reden? Ja. Wir spazieren jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen. Später gehen wir was essen. Was willst du essen? Du isst doch eher gerne Schweinefleisch, oder? Nada. Ey, boah. Willst du ihn auch streichen? Wallah, wie er genießt. Der Eklige. Mach mal deinen Nacken jetzt weg von meinem Perle. Ey, boah. Luisa, willst du da zwei Euro in seinen Korb legen und ein paar Baba Moves machen? Ja? Jetzt kommt Luisas Baba Moves. Willst du mal applaudieren, weil der hat gute Musik gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Fandst du auch gut? Ja, das war ganz okay. Ich bin ein bisschen umschämt. Willst du einen Ratschlag machen? Ja. Willst du ein paar Breakdance Moves machen? Ey, boah. Willst du auf die andere Seite gehen? Ja. Willst du aber bitte hier lang laufen? Nicht über die Brücke, sondern so an der Brücke vorbei. Kannst du bitte wieder rüberkommen, aber durchs Wasser laufen? Kannst du? Ja. Ja, komm rüber. Da ist was, ne? Wo? Komm mal her jetzt. Mann, der ist. Du kannst nicht sagen, dass irgendwas ist. Da ist nichts, da ist nichts. Ich bin so klein. Ich hab Angst. Das riss mich auf uns. Meine ganze Hose ist noch. Luisa? Ja? Kannst du bitte deine Schuhe holen gehen? Zurück wieder? Ja. Luisa, kannst du bitte, wenn du in der Mitte vom Wasser bist? Ich bin doch auf Steine. Ich kann nicht mehr, warum? Luisa, paar Moves. Paar Moves, yalla. Was ist mit dir und meiner Bubble Moves? So, Leute, das war einfach viel zu viel gerade. Wallah, mein Herz ist kaputt gegangen. Aber es ist übertrieben schlimm, die so zu demütigen. Wisst ihr, wie ich meine? Tut mir leid, Wallah. Wallah, tut mir leid. Ich helfe mal auf YouTube, Wallah. Ich helfe mal auf YouTube. Meinst du meine Schuhe, wenn ihr es praktisch ist? Nein, Wallah, wenn ihr Dreck schwenkt, ich kaufe die nochmal neu. Jetzt wart ihr vorhin peinlich zu tanzen, oder? Ja. Ich beweis dir mal, gibt es kein Peinlich bei uns. Okay. Nimm mal. Wo geht er? Nagar hier, ich habe ein Special Announcement. So leuglich auf euch geht es einem gut. Ich wollte dir nur ganz kurz sagen, dass ich meinen Perle liebe. Das ist meine Perle hier. Vergiss nicht, euch gegenseitig zu sagen, dass ihr euch liebt. So, kostet nichts. What did he say? Sag mir, ich habe nichts Gutes gesagt. Das war ich süß. Wenn du schon heute peinliche Sachen machen musstest, wir machen das zusammen. Wenn du fallen musst, fallen wir zusammen, okay? Okay. Sieht ihr die Leute, die da hinten tanzen? Wir tanzen da jetzt mit. Wir stellen denen die Show. Okay. So Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare eure Video-Wünsche, damit wir das machen können, was ihr euch wünscht. Und ansonsten hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, vergisst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Bye.